Alte Erfahrungswerte! Das ist die Schulzeit! Die Zettel haben bei mir auch nichts geholfen. Ich weiß, das falsche Umgestellte. ... ... ... Sollte eigentlich ein bisschen besser sein. Du musst ja viel mehr Zeug wegfahren. Wenn man ein Zeug wieder mit sich hier ist dabei. Aber wir sind eh schnell. Tschüss. Komm, du uns verrecken. Das ist nett, der so abrutscht. Ja klar, das ist gefährlich. Das ist richtig. Das ist schlecht. Acht Stiche. Ich bin direkt drin gesteckt. Drei Minuten. Ich bin direkt drin gesteckt. Ich bin direkt drin gesteckt. Das Ding hält. Richtig. Jetzt haben wir da aber das ist schon weich geprüft. Das hat ja schon statisch abgenommen. Ja genau. Das ist ja schon mal ein bisschen so ein Qualitätszeichen gekommen. Das war noch mal ein bisschen was vor. Ja das ist auch. Ich bin direkt drin gesteckt. Vielen Dank.